Die Winterwunderland-Runde startet in Elmau im Ortszentrum. Sie führt hinauf zum ehemaligen Gasthof Riesen, über romantische Winterwanderwege bis zur Biedringer Platte. Von dort hat man einen traumhaften Ausblick ins Tal auf Elmau. Zurück geht es über den Biedringer Hof zum Ausgangspunkt. Ich wünsche euch viel Spaß! 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 Ich wünsche euch viel Spaß!